Musik 2023 Kalenderwoche 29 Mein Ziel ist es nicht, besser als andere zu sein, sondern besser zu sein als ich es früher war. Unbekannt Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Epikur von Samos Eines meiner Ziele ist, immer Ziele zu haben. Gut gesagt. Intuition ist eine durch alle Denkbarrieren plätschernde kosmische Zärtlichkeit. Peter Horton Nichts, was neu ist, ist vollkommen. Markus Tullius Cicero Es wächst der Mut bei jedem Blick auf die Größe des Unternehmens. Lucius Anneus Seneca Es ist ein weiter Weg von der Idee zur Tat. Jean-Baptiste Moliere Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020